Hier, ich habe gehört, wenn man Fässer anschießt, dann geht's eben besser. Ja. Boom. Jawohl, jetzt geht's mir viel besser. Einen Moment, ich bin gleich soweit. Ich hätte nur die Weiße Ratte Albtraum neuen Kisten öffnet. Nein, nein, das geht nicht. Nee, Cindy hat da noch eine alte Quest. Ich habe da auch keine mehr. Ich habe nur Rattenogger töten. Das kriegen wir hoffentlich hin. Oh. Wir werden ja nicht zu weh gekommen. Vielleicht. Auf der Karte dürft ihr gehen. Auf der Karte geht das eigentlich. Wir haben ein Problem. Und das wäre? Da ist Gift im Wasser. Da ist Wasser im Gift. Ja. Wasser. Was? Wer hat Wasser in mein Gift gemacht? Ja. Das geht so nicht in Ordnung. Auf keinen Fall. Schick, schick. Habe ich überhaupt die richtigen Dinger dran? Ja, habe ich. Was habe ich denn hier noch? Ich hatte doch noch irgendwas Cooles. Waren hier noch welche Dinger hier gleich am Anfang? Ich hatte doch so ein Ding, dass ich, ähm, Zeug nicht verbrauche. Was ist denn das? Das hier. Ähm. Nee, das war's nicht. Ach, der Regenbogenfisch. Ja, hier, nehmen wir den doch. Der ist auch besser. Kommt sie gleich pünktlich zur Horde. Ja. Das ist gut. Wegbrennen. Ich schippe ein bisschen. Aua. Ich brenne ein bisschen. Ja, der läuft doch nicht vor mich. Erwischt. Der ist kaputt. Ne? Feld ist Moor. Weil wir hier die Folianten und die können wir auch hoch mitnehmen? Ja, können wir eigentlich. Nein! Na, verdammt. Wo ist sie? Ihr könnt die auch mal anpingen. Ne, ich weiß nicht, wo sie ist. Ja, sowieso nicht, wo sie ist. Ich habe ungefähr gesehen, wo der Schuss herkommt. Aber ordentlicher Bogen. Nimm mal den hier. Ja, genau. Und dann müsst ihr den mal. Ja. Was für eine Quest hattest du? Ach, den Ratten-Oger. Okay. Ja, nur Ratten-Oger. Das geht ja. Gut. Ich glaube, wir sind falsch hier. Das glaube ich auch. Lass mal hier warten. Wir können beide die Karte nicht lesen. Welche Karte? Welche Karte, ne? Das ist... Das ist jetzt eine geile Aussage gewesen. Können die Karte nicht lesen? Welche Karte denn? Ja, es kommt ein Catch-Catch. Ne? Oh, hier ne Bombe. Met. Ja. Immer schön davor latschen. Sturmratten. Ja. Ihr könnt ausweichen, wenn ihr hier langkommt. Kommt ihr? Ja, ich bin hier gerade. Okay, dann viel Glück. Ja, dann viel Glück. Ja. Äh, this isn't going where. Warum bist du down? Weil wir da sonst meistens lang gehen, deswegen. Nein, ich meine, warum du down bist. Achso, weil ihr ganz viel... Jetzt hängen die hier fest, die scheiß Ratten. Hier hängen noch zwei. Seht ihr die auch? Ja. Wo denn? Das kommt mal her. Jetzt kommen die alle. Toll. Ich bin noch umsonst gestorben hier, ey. Ja. Guck ich mal dem Zwerg hier zu. Ach, du bist schon wieder da. Dem Lord Zero. Halt die Schnatte. Du musst es oft genug sagen, der änderte seinen Namen wieder. Maus. Ja, guck doch weiter dazu. Ja. Da kommt die Bia auch. Da kommt er nochmal. Ne, ist das Wetter. Ah, kommt runter. Schön. Ja, das bin ich diesmal. Da hinten komme ich erst wieder. Ich glaube, da laufen wir nicht zurück, um mein Zeug zu holen, oder? Ne. Ne. Ah, gut. Er hat kaputt gespielt. Ein Voliant. Die Elfe hat neigesackt. Der liegt da nie, ich weiß. Der liegt da nie. Was schreit meine so rum? Es liegt an dem, der spielt. Da würde ich auch schreien. Bitte was? Sagt der Lord Zero. Ich bin nämlich trotzdem nur um. Kannst du vergessen? Weil ich bin nicht zu blöd zum Lesen. Catch, catch, kommt. Ja. Er wollte die große Runde null haben. Hier ist ein Schaltzeug. Viecher sind auch da. Wo denn? Ah, die sind hier durch die Gegend geflogen worden. Ist jetzt ein Voliant drin? Geflogen worden. Ey, ich komme da trotzdem noch ne rein. Flieh, flieh, flieh? Mein. Hier ist ne Ratte. Äh, ne Beuterratte. Wo, wo, wo? Ich weiß nicht. Rechts irgendwie. Aber ich sehe sie, ne? Ich hab's ja bloß gerade kurz gehört. Du hörst dich ständig, ne? Niemand sieht sie. Ne, ich hab's nur gehört. Ne? Ne, alle so taub. Hallo. Oder mir macht's keine Männchen vor. Das ist schon mal gut zu wissen. Immer alle Fässer kaputt machen. Ja, das ist Aggressionsmanagement. Aggressionsmanagement. Du hast, du kannst Sachen explodieren lassen und anzünden. Das kann ich gar nicht. Ja, das ist ein Dicker. Dann schieß ich den halt in die Schulter, dass er stirbt. Ja. Redling Gun hier. Ja. Den. Er hat mich tatsächlich erwischt, obwohl ich... Ja, da hinten ist der Grimoire, wenn du mitnehmen willst. Ich weiß gerade nicht, auf welcher Seite. Du bist richtig, ich glaube. Ich hab doch... Wir beide haben doch eigentlich dieses Trinket. Ja, haben wir auch. Deswegen haben wir ja weniger... Abzug. Huch. Aha. Ja. Erwischt. Hinter dem Büro. Ja. Huch, der hat mich aber ganz schön erwischt. Alter, von hinten. Oh, da fliegen die hier einfach runter und hauen dich sofort. Ach, ich hänge hier fest. Hat die mit ihm runtergehüpfe hier? Er könnte doch einfach noch einen Schritt nach hinten gehen, dann geht das vielleicht besser. Vielleicht. Na ja, da werden sie zumindest nicht sofort gesprungen und dich geschlagen. Lass mal links gucken, vielleicht ist noch irgendwas zum Heilen. Na ja. Ja, gut. Könnt ne Kländigkeit vertragen. Ich guck oben, guckt ihr unten. Ist nix leider. Na ja, hier ohne. Ja, so nix. Ach, hier sind wieder unsichtbare Kanten, die... Diese Kanten, die sind einfach zu hoch. Ja. Finde ich hoch. Vor allem als Zwerg. Kanten sind halb so groß wie ich selbst. Beim Zwerg kann ich nicht nur verstehen, der kriegt ja die Füße nicht so hoch, aber... Hier, bei meiner hochgewachsenen... Ja, darf ich keinem was anderes hochkriegen. Sein Bart oder was? Ja. Einfach mal über den Ventilator stellen. Na. Hier ist Heizzeug. Wo ist Heizzeug? Habe ich gekraut. Ja, das ist super. Super. Siehst du, als ob Pyro Black and White wäre. Ja. Genau, dann nehmt ihr einfach die Ratten. Dann ist das okay. Problem. Das ist eine Bombe gewesen. Nein, bin ich tot. Mhm. Hier ist ne Truhe. Hier ist ne Truhe. Ja. Und hier ist offen. Leider. Nicht zum Hallen drin. Alles gut. Ich hab noch einen Stärketrank gefunden. Der bringt mich weit. Ja, ich hab Speed drin. Alles gut. Hier ist Heilung, Pyro. Ja. Ich glaub, soweit schaff ich's nicht mehr. Warte, warte. Soweit schaff ich's nicht mehr. Na ja, dann kannst du's jetzt fressen und den Foyanten mitnehmen. Ja. Gut, dass wir aufnehmen. Das hätte ich mich fast aufgeregt. Das ist halt so, wenn der Lord Zero das Zeug schnappelt hier. Soll ich dir kommen. Ja. Vorher aufregen, dass ich schneller sein soll. Wenn ich dann schneller bin, dann heulen so wieder rum. Du sollst dir nur schnell Türen und sowas tun. Du sollst dir nur schnell reagieren. Ja, ich hätte nischt gebracht. Ich hätte dir mit rechts das Ding ohne geben können. Ja, eben. Deswegen hättest du's ja auch gar nicht vergrabschen. Ja. Ja, sonst sagt er auch immer, ich bin schwarz-weiß oder was. Nee, diesmal sagen sie nischt. Wieso? Siehst du das unten? Nee, dass mein Balken weiß war. Das hab ich danach gesehen, wo du es dann endlich gesagt hab. Guck mal, Pyro, hier oben ist Verbandszeug. Gut, ne? Wir müssen Gunter so ein Mod installieren, dass es ganz rot ein... Das ist wie bei Left 4 Dead. Fett in der Mitte eingeblendet wird. Herbert ist black and white. Guck ist black and white. Ja, Horst Herbert. Bei Left 4 Dead sieht man's ja nicht immer. Doch, dann wird's gesagt. Ja, durch den Mod. Also im Originalspiel, aber ne. Doch, im Originalspiel? Ja, die Vocals, stimmt. Stimmt, stimmt, die Vocals. Incoming. Ey, da haben die mich schon wieder. Was ist das können? Na, das ist gemein. Trotz genauso mal. Warum denn? Einfach nur so, weil du mein Bruder bist, weil du es verdient hast. Dafür muss ich noch nicht mal einen Grund geben. Hey. Horde. Ach, ne. Horde? Die ganzen Läufer, Horde. Also. Hier ist ein... Ja, weg ist er. Hier, ich hab gehört, wenn man Fässer anschießt, dann geht's eben besser. Ja. Boom. Jawohl, jetzt geht's mir viel besser. Ungemein, hä? Ja. Raumhaft. Ist der wo der zweite Grimoire ist? Nee. Nee, aber ich weiß, dass hier ein Heilzeug ist. Jetzt will er nimmer. Jetzt ist er titschig. Ach so, oh. Jetzt hab ich gerade geschlafen, sorry. Ja, 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 aber mit mir vor uns meckern. Ja. Ja, pack dein scheiß Heilzeug. Verpiss dich. Ja, ich hab ja schon. Ich hab ja schon. Hat sie dir den Grimoire gefunden? Nein. Ach so, ich dachte. Ja, oder? Ja, ich hab ja schon mal besucht, komm. Ja. Eben. Nee, man trifft immer ein Richtchen. So, haben. Jetzt darfst du aber nicht nochmal sterben. Nö. Der hat ja diesmal Heilzeug. Richtig, das läuft doch auch gleich, weil er jetzt den Folianten nimmt. Perfekt. Catch, catch. Catch, catch, ja. Oh. Wieder direkt vor mich gerannt. Ja, komm. Gerade die Waffe gewechselt, dann ist Catch, catch da, ne? Ja. Du hast so gedacht. So, Foliant ist eingesackt. Einer fehlt noch. Haben wir den verpasst? Sturmratten. Ja. Oh, nee. Ich hab keine Bomben. Die anderen beiden haben... Die stecken fest da oben. Und wieder. Das ist ja traumhaft. Hey, wo ist denn das hängen geblieben? Frag nicht, wo meine hängen geblieben ist. Ja. Ja, alle tot. Nice. Hammer. Gift Heinz. Ich glaub, hinter uns. Ich hab keine Bohnen mehr. Ja, komm. Wer stöhnt denn hier so? Die Elfe. Meine Güte. Der hat grad einen heftigen Angriff abgekriegt, glaub ich. Ah, okay. Das Klang war heftig, ne? Machen wir denn jetzt den Folianten übersehen? Ah, ja. Wahrscheinlich am Anfang, glaube ich. Aua. Ja, wieso? Wir haben noch zwei. Ja, ja. Müssten ja drei sein, oder? Ach so. Weiß nicht. Ich spiel die nicht so oft. Naja, wie immer bei den Standard-Maps halt. Ja, ja, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt schon... Ach so, ob jetzt schon. Warte mal auf die anderen. Ja, geht klar. Ich brauch Bohnen. Ich bin grad am überlegen, aber mir fällt's nicht ein. Den haben wir irgendwo übersehen. Ich glaub, das hier ist das, wo die Glocke durch die Mitte fällt. Ja, genau. Das ist aber, glaube ich, keine Glocke. Das ist irgendwie so ein Behälter oder so. Ah, scheiße, von unten kam eine. Oh, das ist eine umgedrehte Glocke. Achtung, Assassin. Ach so. Gut, der Papp regelt. Papp, Papp hängt. Papp regelt? Ja. Sehr schön. Hängt ab. Ja, okay. Das wird lustig. Ja. Okay, ich geh mal runter. Ja. So, Asch, das Ding ist so down. Allgemeine Verwirrung? Wo wollt ihr hin? Ja. Wärtsch, ne? Dicker! Achtung! Schmeiß mal ne Bombe! Ja. Zuford! Okay, dann halt nicht. Habt ne Bombe geworfen. Bisschen Schade ums Grimor, aber was soll das? Dafür spielen wir es ja nicht. Ja. Oh, das ist so selten. Ja, müsst mal. Ich glaube, ich hatte noch was zum Heilen. Das könnt ihr euch dann nehmen. Hab ich schon. Okay. Oh, sehr gut. Äh, wo gehen wir hin? Da hinten hin? Oder so oben hin? Ich hätte gesagt, geh rüber irgendwie. Ja, okay. Catch. Ich glaube zumindest. Catch. Ah, left and right. Ähm. Da hinten oben und da drüben noch. Hier und dann hier die Leiter hoch. Wir müssen hoch, ne? Hier ist... Heilzeug. Ja. Will er nicht, oder was? Ja, aufsichtlich. Na ja, kann ich's doch nicht ändern. Gegners. Kriegen die Fallschaden? Ich glaube, ne, oder? Ne, nur an... Ich glaube, an Klippen, wo... Wo du wirklich dann... Wenn du runterfährst, stirbst... Äh, da ja. Ah, na ja, gut. So, einmal runter wieder. Ja, hier geht's hoch. Ja. Letztes Ding. Hier ist noch ein Heilzeug. Ja. Der bringt mir ja nicht. So, ich hab den nochmal geheilt. Ha, und dafür krieg ich gleich einen mit zu brauchen. Hat sich's gleich wieder gelohnt. Scheiße, Hook hat mich. Ja. Ja, unterlieg ich. Das war klar. Das ist noch ne Hook-Ratte. Ah, okay, hat sie. Alles. Na ja, gut. Ich muss es ja bloß noch bis zum Ausgang schaffen. Ja, das wär gut. Ach, hi, Cindy. Moin. Ich hab gepennt. Ja. Das Gäckebrot ist los geworden. Hallo. Wir müssen uns hier durchkämpfen. Und was macht Cindy? Die ganze Zeit. Ja. Ich komm da gleich rüber. Ja. Wie ich seh. Ja. Musst aber selber Auto fahren. Ich will jetzt zu mir kommen, nicht zu dir. Richtig. Na, das ist ja einfach, das kann ja jeder. Das kann ja, ach so, dann guck mal her. Na, komm. Kein Problem. Kein Problem. Da, wir stehen. Ja, eben. Aber ich könnte, na, heute schaff ich's nicht mehr, morgen vielleicht. Ja. Ha, 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 ha. Mittwoch musst du nach, nach, nach Dings runter, ne? Ja, aber, äh, nächste Woche erst. Ach, nächste Woche. Ja. Na, das liegt ja eh nie auf dem Weg, München. Ne, 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 außerdem mach ich da eh kurz vor knapp los, also ich muss hier in der Nacht losfahren. Im Ernst muss ich dort nicht sein. Ja. Bisschen Zeit musst du ja auch einplanen, weil du ja mit dem Berufsverkehr früh reinkommst. Wäre ja dann eh bloß auf der Heimfahrt, ne? Na, selbst auch noch nicht mal, weil ich da gleich auf die Messe will. Ach so. Und um 12 ist dort ja erst Schluss und, naja, dann machst du halt direkt den Juhu und graue Schmuckstück. Na gut, dann bist du auch nicht allzuzeitig da, auch hast du abends dann. Na, um 12, na guck mal, bis Leipzig brauchst du nur ungefähr zwei Stunden. Ja, ein Schmuckstück, ein, äh, orangenes. Bin ich gut? Was gibt's denn, was gibt's denn? Lass es was Schönes sein, ne? Es ist nix Schönes. Der Träger erleidet 80% weniger Schaden durch Angriffe der Meutebändiger. Yay, toll. Bestes Ding. Ja. Bestes Ding. Ich bin Schmuckstück-sichtig. Das glaub ich gleich. Ja, die haben wir ungeschafft gekriegt, weil ich, äh, fürs Level ab, hab ich ein graues Schmuckstück gekriegt. Ach so. Ah, cool. Ein graues. Ja. Und das ist graue Schmuckstück. Na, wenn's die in die anderen Formen gibt? Wir haben da kein graues gesehen, deswegen dachte ich, die gibt's gar ne. Ein graues. Ja, kann entweder hier wahrscheinlich bei Let it up, oder wenn hier das graue Zeug, äh, die Kraft ist mit Zufall. Okay. Dass da vielleicht rauskommen kann. Was hat das denn für ne, für'n Wert? Äh, seh'ma gleich. Muss erst mal Sementar. Muss ja Unterirdische ein. Wird, glaub ich, noch nimmer. Ach, nee. Level 30. Das war, graues Schmuckstück, Slot, hat's freigemacht. Ah, okay. Dann hast du einen Slot gekriegt. Ja, okay. Ja. Das macht mehr Sinn, ich wollte schon sagen. Ja. So, wie sieht's aus? Na, du willst ja nicht mehr, ne? Wir können nicht mehr, ja. Wir können nicht mehr, okay. Ja. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst mir ein Like da. Ähm, wenn ihr mehr sehen wollt, ist natürlich Abo, perfekt. Und, ja, für Anmerkungen, Kommentare könnt ihr mir ja was schreiben. Die anderen sehen's dann auch. Und dann... Na ja, warte. Hust. Ja. Immer diese Störgeräusche vom Clan. Ja, ja. Ja, vor allem hier, Bernd Offen haben immer diese Störgeräusche hier. Immer, wenn mein Bruder spricht. Ich dachte, das ist immer, wenn der Lord Zero spricht. Ey, bleib mal stehen. Guck mal hier, guck mal hier. Siehst du das? Daneben. Ne, das war voll getroffen. Hab genau gesehen. Na gut. Ja, was du siehst. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Cindy sagt ne Tschüss. Ähm, tschüss, macht's gut. Bis zum Wochenende. Tschüss. 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 stellen Englanders anyers Förем. Töh. Ähm. V fading. propeck. onda. Bis zum nächsten Mal.